So, dann machen wir hier mal ganz spritzisch weiter Mann, 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 hier ist was los, ey Ja, wo müssen wir lang? Na, komm, ich geh hoch Oh, geh da mal da hoch, Mann Das geht ebenso anders So Brennen Weil wir haben es ein bisschen eilig Sehr schön Und wir zurücklautschen, ey Ne, oder komm mal irgendwo raus? Ne Scheiß Hier, ey So Wunderbar Denken wir mal da rüber Ha, 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 ha Gut gemacht, Bruder Nutze meine Fallen Aber pass auf, dass du mich selbst in eine gerätst Na Ach, komm her, du Sau Ach, du Kacke Oh 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 So So Na klar Ich bin Bruder Ich bin Bruder Grigori Du kennst ja schon Meine Gemeinde Ha, 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 ha Natürlich, natürlich Natürlich, natürlich Wir wissen alles Das war zu dicht Das war zu dicht Bad lean Ach, du bist es Bruder Verzeih Na, ist ja nichts passiert Meine Kugeln sind ein gerätstes Problem Mann, Mann, Mann Was ist denn hier los? Hier ist da mal richtig was los Das ist schon mal Sackkassen Boah Alter Der kommt denn da noch? Oh ja, ein bisschen heiß So, jetzt muss ich erstmal gucken, hier wo lang Ah, hier, die Leute, hab ich gar nicht gesehen Was kümmert es mich, dass sie mich wahnsinnig nennen Du bist meine Stärke, meine Liebe Mann, Mann, Mann Ach du Scheiße So Erledigt Ah Das ist ein Frick, ey Ihr Scheißfischer Nehmen wir mit Hier, Bruder Komm näher Das ist dein Werk Oh, ein Mann nach meinem Sinn Hier ist eine passendere Waffe für dich Du wirst sie brauchen Fang Gut, heil dich am Körper Ich rate dir folgendes Ziele auf den Kopf Still Sie kommen In Ravenholm gibt es kein Ausruhen Geh, wir treffen uns bei der Kirche Ach du Kaffe Die, oder? Die, oder? Ja, ja So Weiter jetzt Oh, cool Okay Hat er sich so gedacht Oh, das dauert ja ewig, ey Und wieder runter Okay Okay, ne Bastard, ey So So Weiter jetzt Verdammt, ne Viecher, ey. Kappe. Ich war knapp. Mal gucken, was wir hier machen müssen. So, jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Erstmal gucken, wo die hochgeht. Na, komm. Scheinlich hier hinten irgendwo. Vielleicht andere Seite. Ah, diese Viecher, ey. Ah, hier sieht's gut aus. Boah, Alter. Oh, schwindet, die sind nämlich giftig, ey, die Viecher. Boah, danke schön. Heftig fest. Boah, Alter, kein Glück, ey. Scheiß Fischer, ey. Ja. Reicht das hier? Ja. Ja. Ja, ja. Woher hab ich mich? Ja. Das gibt's doch ja auch nicht. So. Wo sind wir jetzt hier? Oh, was schöne. Na komm. Scheiß Fischer, Alter. Oh, scheiße, Gift. Achtung. Blutgifte. Diagnostiziere automatische Medizinsysteme. Aktiviert. Morphin. Da. Ja, jetzt müssen wir hier erstmal schauen. Oh, wieder so einer. Mann, ey. Ist doch ja auch ne. Ah, hoch hier. Die alle herkommen. So, machen wir hier erstmal Stopp und sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Haut da rein. Das war nicht mehr so, was wir hier oben nehmen, wie das hier oben gehen sollte. Vielen Dank.